Warnung, dieses Video soll jemanden angreifen. Die Bilder hat meine Lieblingssysteme ausgesucht. Ich habe das Video lediglich zusammengeschrieben. Wenn das eine so schön flüßt, dann ist das nicht von woher es geht. Ob wir 28, rechnen wir 6 bis Feuer gegen das 8, 28.8. Doch was geschah am 28.8? Let's find out. Am 28. August 1963 hält Martin Luther King seine berühmte Rede. I have a dream. Dream. Traum. Meistens treibt man im Schlaf. Schlaf. Das hier ist ein Bild einer schlafenden Puffurter. Was das mit Tuddle zu tun hat? Rein gar nichts. Nichts. Wir Menschen können uns das Nichts nicht vorstellen. Menschen. Tuddle ist ein Mensch. Wir Menschen leben auf der Erde. Die Erde ist ein Planet. Tuddle versteht immer noch nicht, wieso er auf diesem Planeten ist, wie man es im Lied Hydra 4D hören kann. Hydra 3D ist das erste Halbom der Truppe Dead Adam von Tuddle, Adi und Marley. Was ich damit sagen will, das ist ganz einfach. Tuddle, Adi und Marley haben zusammen Dead Adam gegründet, weil sie wussten, dass ihre Fans sowieso hinter ihnen stehen und sie somit einen leichten Start in die Rapszene haben, wo sie mit ihren Texten allen Zuhörern einer Gehirnwölsch unterziehen, um die Weltterschaft an sich zu reißen. Der Buchstabe A passt in ein Dreieck. Ein Dreieck hat drei Ecken, Dead Adam hat drei A's, Dead Adam hat auch drei Mitglieder. Wir haben nun den unbestreitbaren Beweis. Tuddle ist Illuminati confirmed.